Grüezi und willkommen in weiterer Folge von Kreotelys. Ja, das ist doch wunderbar, aber zuerst. Ja, erste Folge ist eine ruhige Folge von Kreotelys. Ja, mehr gelesen als gemacht. Jetzt hören wir mal hier rein, was die zu sagen haben. Ich weiß, mein Mann, er ist in Trouble. Wir alle in danger. Wir haben genug von diesem Nonsten. Hey! Du bist ein, selbst-szentriertes Mann, nicht inhaltlich, cleanem Emotionen. Er ist einer der besten Wissenschaftler uns heute haben. Ich habe sie zu tun, die wir nicht solle Hände haben, zu machen. Was ist zu passieren? Was soll passieren? Get up on your feet! Get up on your feet and face that wall! Okay. Ich habe geschaut, ob noch Untertitel aktiviert ist oder nicht. Es ist aktiviert. Okay, aber ich weiß nicht, warum das nicht unten angezeigt wird. Ah. Keine Ahnung. Kann man es nochmal hören? Ja, kann man. Ja, ja. Das habe ich mir alles angehört. So. Jetzt brauche ich... Habe ich bei mir... Ja. Habe ich bei mir. Nachabbruche ich natürlich. Eins. Halt. Ein. Ey. So. Und so. Dann gehen wir schnell nach oben. Nach oben. Unser Windmühle ist auch bereit. Vielleicht immer noch. Das ist schön. Aber muss das so weit weg sein? Eigentlich nicht. Ich mache nur eine kleine Runde. die zweite. Und... Dann gehen wir wieder runter. Jedes Mal... ein Akku. zweite und drei ja schöne garten dann gehen wir wieder hier hinein und schauen stimmt das muss ich auch noch machen muss ich jetzt ernsthaft ok zwei ja 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 Musik In diesem Moment, so, äh, du gehst da runter, hier, hier noch, da runter und da, wunderbar, jetzt hab ich's, jetzt sollte es gehen. Geht es es dafür so? Tür hat sich geöffnet. Wow! Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit und das nehmen wir mit. Ja, und quer durch die Treppe gejumpt. Ja, ah, hier verbeigt sich. Das ist hier unten. Nichts. Moment mal. Ja, ich kann eigentlich ver- Moment, Moment, Moment. Hab ich einen Führerschein für das? Ah! Nein, brauch ich keine. Nein! Ap, 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 ap. Äf, neb ich... Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Was ist jetzt los? Ja, ich... Ja, ich... Ich sehe das. Ich sehe das. Und... So, gut. Super, eine gut. Und was ist hier? Was ist das? Das sieht so aus. Hab keinen Plan. Ah, Moment. Kann ich? Warum kann ich das nicht? Ok 3 stimmt 1 1 2 3 4 5 6 6 7 7 8 9 10 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 15 15 15 123 15 15 15 15 15 15 16 15 15 15 Geht's weiter? Bitte jetzt nicht. Wer muss ein Zeichen ernsthaft? Da kann eh kein, also fast kein Mensch mehr. Okay. Wenn es so aussieht, hat es drei Buchstaben. Ja, gut. Ich habe es geschafft. Nachher, ein paar Minuten später, habe ich es geschafft. Und das Pipse geht mir recht auf den Ohr. Na gut. Vor wo aus? Vor wo aus? Für was ist das? Ich... Ich... Hey Gott, da muss ich mir aus. Ach... Das Pipseid kommen. Jetzt gehen wir weiter mit dem Bandly. Mit dem Bandly. Ah, du bist... Jetzt muss ich hier auch noch aussteigen. Was haben wir hier? Ah, die... 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 Die Höhle. Besser gesagt... Die, die... Im ersten Folge gemacht habe. Nice. Jetzt habe ich hier eine Brücke. Endlich. Was ist hier? Hallo? Keiner? Was ist? Hallo? Ist unter hier jemand? Nichts. Was haben wir hier? Ordner. Wo? Äh... Ordner. Wo sich... Wo nichts draufsteht. Wunderbar. Hier. Ein Zettel. Ein Zettel. Der Daumen ist echt unheimlich. Der Ton hier. Schauen. Tiefer. Okay. Die Arbeitser haben versucht, zu entdecken, zu entdecken, zu entdecken, zu entdecken, und zu entdecken. Sie haben sich mit einem Fehler in jedem instanz. Es scheint, dass es nur ein Weg weiter ist durch die Träume. Die Veränderungen und die Veränderungen sind zusammengefallen. Einige wurden in den Hallen. Einige wurden in Träume. Einige wurden in Träume. Seitdem die Wissenschaftler angefangen, hat die Institut in die Menschen die für Geld und Arbeit sind. Wahrscheinlich an the promise that they'll be working in safe conditions. There are colossal contraptions and enigmas to solve, and we have the smartest people working on them. When we believe we solved one, the Overseers send in one of those unlucky people. They usually die or get severely injured. The Institute doesn't seem to consider the morality of these practices. Many scientists have resigned over this, but curiosity keeps most of us continuing our work. Let's continue our work. Let's continue our work. Dabei sind sie jedes Mal gescheitert. Es scheint, dass der einzige Weg weiter durch die Falle führt. Die Verlust und Vermissten häufen sich. Einige haben sich in den Gänge verirrt. Andere sind in Falle gestorben. Moment. Willi, kommt das noch irgendwann, dass man auf ein Skelett stoßt? Hm. David soll ja auch einen Hund freuen. Okay, lese mal weiter, bevor ich hier noch irgendeine fasse. Irgendeine. Ich lese einfach weiter. Seit die Wissenschaftler sich weigern weiterzumachen, hört das Institut Leute, die noch verzweifelten, nach Geld und Arbeit suchen. Wahrscheinlich mit dem Versprechen, dass sie unter sicherer Bedingung arbeiten werden. Oh Gott. Oh. Oh. Das. Eine leere Versprechung. Sag ich mal nur so. Eine sichere Bedingung. Das. Das würde ich mal sagen. Aus der leere Versprechung. Wenn es hier Falle gibt und festige Türen. Türen. Gibt es ja. Es gibt kolossale Apparate und Rätsel zu lösen. Und wir haben die klügsten Leute, die daran arbeiten, wenn wir glauben, eine Rätsel gelöst zu haben, schickt die Aufseher eine dieser Unglücksrappe vor, der in der Regel stirbt oder schwer verletzt wird. Das Institut scheint sich keine Gedanken über die Moral dieser Praktiken zu machen. Viele Wissenschaftler haben deswegen gekündigt, aber die meisten von uns arbeiten aus Neugier und der Mitarbeiter. Nora. Hoi. 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 Ist von Nora. 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 So. Da haben wir eine Tür. Eine Tür. Hallo. Mit der kann ich. Das. Die Tür öffnet sich. Wie ich es immer gesagt habe sehe. Ein Grabstein. Was. Was. Das sieht so aus ein Tresor hier. Wie. Den darf ich nicht knacken. Schade. Schade. Da darf ich. Hier. Hier. Nichts. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, endlich geht es weiter Und ich höre das weiter Halt, der Fall, da ist es laut Jetzt geht es natürlich los Natürlich los, natürlich los Ja, fertig mit dem Spaß Echt jetzt? Fertig mit dem Spaß Guten Tag Alter PC Ein alter PC 25 25 liegt auch noch drin Eine 4 und eine 3 3 kann ich nicht Aber eine 4 und Äh, 43 kann ich 43 kann ich Mal alles zurückstellen Nochmal 5 kann ich nicht Aber eine 2 Aber weil 5 zu 11 kommt Muss ich 52 nehmen Nicht wahr 25 2 kann ich 2 kann ich wirklich 5 nicht Da blieb bei mir noch 45 Äh, 45 Ja klar 54 54 54 Ähm Wo haben wir 31 30 Ich will die nicht auf 7 13 46 Jawoll Das geht aber schnell Es sieht so aus wie eine Achterbahn Kein Witz Das sieht aus Es sieht so aus wie eine Achterbahn Wenn man hier durch Schaut Sind wir unter dem Meer Hier sehe ich noch alte ähm Ruine Hier ist auch auf dieser Seite eine Ruine Na gut Ich stecke mich auch hier hinaus Okay Keine Ahnung Für Wieso das es so aussieht Habe ich keinen Plan Hier auch Hallo Kommt Warum sehe ich hier keine Fische Äh Ja kommet Ich kann hier noch eine Angeln Aber das äh Äh Das sieht gefährlich aus hier Gut Guten Tag Hier ist nichts Hier ist wieder eine Garte Hier darf man rauchen Hier drin Nein Das Nein Ascherbecher weg Nein Sieh Nicht Nicht mit mir Nein Und mir fährt auf Ja Ich habe keine Hose an Spass beiseite Das ist Teil der Faktion Das ist Komische Spinte. Ist der Generator laut? Ja gut. Hier ist auch ein Aschenbecher. Nein, hier unter dem Wasser wird nichts geraucht. Nein, nichts da. Was wird passieren, wenn man? Das da hier einfach abschaltet. Nein, auch mit dir. Dann ist das da hier oben. In dieser Stelle werde ich mal das Video beenden. Ich fliege natürlich weiter durch die diverse Gate. Und ich hoffe, ihr seid dann nächstes Mal dabei. Euer Alexis Leih. Tschö. Mitte. Oder einfach Ciao. Adios. Au revoir. Fasson. Oder bye-bye. Geht auch. Tschö. Tschö. Wiedersehen. Bye-bye.